So, hoffen wir mal. Da haben wir mal voll rein oder so. Da brauchen wir mal. Keto. Da braucht man auch mal. Na raus mit den Zeichen. So, wir stoppen da. Halbzeit. Ja, Zeit wird's auch. Schön. Wiederschön. Jetzt brauchen wir was Gescheites. Jetzt kommen keine Gewinne mehr. Doch. Mach halt weiter. Mach halt weiter. W-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w-w. H-H-H-H-H-H-H-H-H. weiter oh, jetzt zeigen wir mal noch auf jetzt Okay. Lass uns gleich mal schauen. Den. 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 Auf geht's. Ich brauche was. Ich brauche was. Das ist das Klientz-Thema. Was der Leulig schon hat. Das war's. Kann man sich mal mit Gold zahlen. So was schafft sie Goldig frei. Auf geht's. Gewinne, gewinne brauche ich. Fünferein. Ja. Jetzt kriege ich noch mal das Herzgitter. Ja, schön. Die da rauf noch. Gut. Und der Gewinn. Und zwei. Und zwei. Das brauchen wir hier. Das brauchen wir hier. Gut. 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 Scheiße. Boah. Sogar 120. Sogar 120. Sogar 120. Sogar 120. Sogar 120. Sogar 150. Jetzt kurz losgepack. Sogar 120. Wir brauchen 150. Irre 30. Sogar 120. Sogar 40. Sogar 120. Ich fühle mich so gut. So zu typen, das war eine mittlere Sensation. Der hätte oben sein müssen. Dann wären es 120 GB wieder. Ich fühle mich so gut. Das Typen setzt ja immer verkehrt. Ich fühle mich so gut. Endlich wieder so schönes. Okay, hier füllen wir rein. Okay. Good. Okay. Wow. Oh. Yeah. Mehr. Ja. 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 Ja.